Pietztrupp macht hier gleich den Druck nach vorne, kommen rein in den Fünfer, Goethe! Aber noch keine zwingenden Torchancen. Beide gehen an den Ball drauf, in der Luft. Aber er gibt ihn. Und Lubitsch tritt an und trifft. Jetzt der Lask, gefährlich hinein in den 16er. Und der ist noch 2 zu 0. Kann sich da den Ball erobern, jetzt geht nach links rüber. Goethe immer noch ein Ball. Aber Gott sei Dank dieser Abschluss, der nicht so gut war. So, jetzt Salzburg aber! Oh, es rutschiert! Oh, da stößt er auch nicht. Salzburg nah wie vor deutlich mehr Ballbesitz, aber schießt halt auch keine Tore. Jetzt vielleicht. Ah, Trenica! Borson bringt den Ball rein. Mann, 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 da wäre es gleich zweimal für ihn gewesen.